Sie hören? Mein Leben manchmal leicht daneben. Von Alice Pantermüller. Gelesen von Nana Spier. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Moin! Sag mal, kennt ihr das auch? Man nimmt sich was besonders Schönes vor und schwupps verwandelt es sich in das reinste Chaos. Schneller, als man Eyjafjaterlöckük sagen kann. Und das alles nur, weil Jan nach Frankreich gegangen ist. Nein, keine Angst. Mein Mann hat mich nicht verlassen. Er brauchte nur ein Sabbatjahr. Tja, und ich? Was brauche ich? Am besten, ich fange mal von vorn an zu erzählen. Übrigens, mein Name ist Svea. Dann, dann fahre ich jetzt. Ja, dann fährst du jetzt. Jan hielt Sveas Gesicht in beiden Händen, legte seine Stirn gegen ihre. Was für eine Wärme er ausströmte. Fast glühte er. Svea erschauerte und spürte die Kälte ihrer Wangen nur umso deutlicher. Es war Sonntagvormittag. Der Februar war gerade drei Tage alt und das unschlüssige Winterwetter wurde durch den Wind, der über den Hofpfiff noch unangenehmer als es sowieso schon war. Es nieselte leicht. Svea drückte sich etwas fester an ihren Mann. Dass du mir das ermöglichst, das ist einfach unglaublich toll von dir, murmelte Jan mit belegter Stimme. Dafür bin ich dir so dankbar, meine Liebste. Er hatte einen Kloß im Hals, das war deutlich zu hören. Svea nickte nur, denn ihr eigener Kloß drückte gerade gewaltig auf die Stimmbänder. Jans heiße Stirn nickte mit. Obwohl es natürlich viel schöner wäre, wenn du mitkommen könntest, flüsterte er dann. Das hätte ich mir so gewünscht. In Sveas Bauch grummelte es, doch sie seufzte nur. Es geht nun mal nicht. Ein wenig mühsam löste sie sich von ihrem Mann und sah ihn an. Sein blasses Gesicht, das verstrubbelte blonde Haar, die blauen Augen. Wir kommen dich besuchen. Im Sommer. Im Sommer. Schlimme Worte, wenn der Sommer noch so weit entfernt war, dass die Rückkehr der warmen Zeit geradezu utopisch erschien. Jetzt war es Jan, der nickte. Stumm griff er nach ihren Händen und umschloss sie mit seinen, aber Sveas Finger blieben steif und kalt. Einen Augenblick lang war nichts zu hören außer dem energischen Piepen eines Vogels, der im kahlen Pfirsichbaum saß. Ach ja, sagte Jan dann mit rauer Stimme. Und du denkst an den TÜV, nicht wahr? Das habe ich nicht mehr geschafft und ans Heizöl und daran lebendfallen zu besorgen wegen der Mäuse im Haus. Svea seufzte. Natürlich, Jan. Sie sahen sich an. Sie hatten sich alles gesagt. Viele Winterabende vor dem Ofen die Details besprochen, so wie sie es damals besprochen hatten, eine Terrasse hinter dem Haus verlegen zu lassen. Aber jetzt ging es nicht um eine Terrasse. Jan würde weggehen. Ein ganzes Jahr lang. Svea holte Tiefluft. Es war soweit. Niemand hatte etwas davon, es noch weiter in die Länge zu ziehen. Sie trat einen Schritt zurück, um ihren Kindern ebenfalls die Chance zu geben, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Jana und Fenner hatten wenige Meter von ihren Eltern entfernt an der Hauswand ausgeharrt. Die feuchte Kälte ließ sie von einem Fuß auf den anderen wippen, als sehnten sie die Abreise ihres Vaters ungeduldig herbei. Offensichtlich hatten die beiden beschlossen, den Abschied kurz und schmerzlos zu halten. Dass sie nicht geplant hatten, mehr Zeit als nötig außerhalb des Hauses zu verbringen, erkannte Svea deutlich daran, dass Jane nicht einmal eine Jacke übergezogen hatte, während Fenner Badelatschen zu ihrem offenen Daunenmantel trug, den sie fest um ihren Körper geschlungen hatte. Die Geschwister tauschten einen kurzen Blick. Dann schlichen sie auf Jan zu, die Hände irgendwo unter die Oberarme geklemmt, ein wenig linkisch wie die Katze um den heißen Brei. Die Situation war aber auch zu seltsam. Ihr Vater würde ein ganzes Jahr lang nicht zu Hause sein. Solche Zeiträume können selbst Jugendliche überfordern, die gerade damit beschäftigt sind, ihren Eltern über den Kopf zu wachsen. Tschüss, Papa, brummte Jane und streckte ernsthaft die Hand aus. Oh, Jane. Manchmal wollte Svea ihrem Ältesten gern einen Tritt in den Hintern geben. aquí ist ein Verykig. Hier ist die Hand aus. Hier ist die Hand aus. Hier sind die Hand von Sie. Hier sind die Hand aus.